Der Gendarmenmarkt Der Gendarmenmarkt ist wohl einer der schönsten Plätze im Herzen Berlins. Er befindet sich in Berlin-Mitte, nördlich der Straße Unter den Linden. Seine Geschichte reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Seinen heutigen Namen, Gendarmenmarkt, erhielt er erst 1799, da sich bis 1782 im damaligen Friedrichstadtviertel die Wache des Garderegiments Gendarm an diesem Platz ansiedelten. Der Gendarmenmarkt wird vor allem von drei Bauten, dem Deutschen Dom, dem Französischen Dom und dem Schauspielhaus dominiert. In der Mitte des Gendarmenmarktes steht ein Schillerdenkmal von Reinhold Begers, das 1871 im Jahr der Reichsgründung aufgestellt wurde. Entstanden ist der Platz Ende des 17. Jahrhunderts, nach den Plänen von Johann Arnold Nehring. Damals war der Platz noch von den französischen Einwanderern, vor allem den Hugenotten, besiedelt. Für sie wurde die französische Friedrichstadtkirche erbaut, für Gottesdienste in französischer Sprache. Gegenüber errichtete man bis 1708 die neue oder auch deutsche Kirche, in der in deutscher Sprache gepredigt wurde. Erst später, 1780 bis 1785, erhielten beide Kirchen einen Turm mit Kuppel, weil Friedrich der Große den Platz repräsentativ nach dem Vorbild der römischen Piazza del Popolo mit ihren beiden Zwillingskirchen umgestalten ließ. Der deutsche und der französische Dom Der deutsche und französische Dom, wie sie heute zu sehen sind, gehen aus einfach gebauten Kirchen hervor. Diese wurden bereits 1705 errichtet. Die deutsche Kirche wurde von Martin Grüneberg als Zentralbau mit fünf Nischen entworfen. Die französische Kirche hingegen wurde von Louis Caillard als quergelagerter Saalbau, als Pfarrkirche für die aus Frankreich vertriebenen Protestanten, die Huguenotten, entworfen. Um den Gendarmenmarkt noch attraktiver zu gestalten, wurden nach den Plänen von Karl von Gontard 1780 bis 1785 neben den Kirchen zwei identische Turmbauten errichtet. Diese Umbauten des Gendarmenmarktes gingen auf die Vorstellung Friedrichs II. zurück. Karl von Gontard bezog sich beim Gestalten der Türme auf den englischen Palladianismus, der schon Jahre zuvor der Oper unter den Linden als Vorbild gedient hatte. Erst jetzt begann sich die klassizistische Haltung in der preußischen Architektur durchzusetzen. Die repräsentativen Turmbauten hatten aber mit den Kirchen selbst keinerlei funktionellen und räumlichen Zusammenhang. Die Bezeichnung Dom ist vielleicht etwas irreführend, denn sie bedeutet hier nicht Bischofskirche, sondern ist vom französischen Wort Dom für Kuppel abgeleitet. 1881-82 wurden am Deutschen Dom einige Umbauten verrichtet. Man passte die Fassaden der Kirche an die des Turmes an. Außerdem wurde die Kirchenhalle mit einer aufwendigen Kuppelkonstruktion versehen. Ebenso wurde der französische Dom umgestaltet. 1905 wurden von Otto March neu barocke Veränderungen durchgeführt. Auch diese beiden Kirchen litten stark unter dem Zweiten Weltkrieg und mussten wieder aufgebaut werden. Bei dem Wiederaufbau des französischen Doms beschloss man, den Kirchenraum in zwei Geschosse zu unterteilen. Seitdem hat der französische Dom nicht nur mehr eine religiöse Funktion, sondern beinhaltet außerdem noch das Hugenottenmuseum und gastronomische Einrichtungen. Auch der Deutsche Dom wurde ab 1983 erheblich umgebaut. Man errichtete eine Betonwendeltreppe im Turm, um eine Kunsthalle einzurichten. Seit diesem Umbau beherbergt der Deutsche Dom passend zum Ambiente nun die Ausstellung Fragen an die deutsche Geschichte. Das Schauspielhaus Das Schauspielhaus, heute Konzerthaus Berlin, wurde 1817 nach den Plänen von Karl Friedrich Schinkel errichtet. Anstelle des Schauspielhauses befand sich damals das Nationaltheater von Karl Gotthard Langhans, welches durch einen Brand vernichtet wurde. Das Schauspielhaus bildet den Mittelpunkt des Gendarmenmarkts, da er sich zwischen den zwei Domen befindet. Die Längsseite des Schauspielhauses erhielt durch einen vorgezogenen, zur Platzmitte gerichteten, erhöhten Baukörper eine besondere Wirkung. Die Platzfront wird durch einen eindrucksvollen Portikus mit ionischen Säulen und einer hohen Freitreppe in Szene gesetzt. Durch den Portikus des Schauspielhauses und den korinthischen Portiken der beiden Dome entsteht ein harmonisches Ensemble. Der Eingang zum Schauspielhaus liegt unter der Freitreppe, die eher einen repräsentativen als praktischen Sinn hat. Durch den Portikusgiebel und den Dreiecksgiebel des Schauspielhauses wird der Platz nicht nur durch die Doppeltürme, sondern auch durch einen Doppelgiebel beherrscht. Dies erweckte zu schenkelschen Zeiten großes Aufsehen und wurde als unakademisch empfunden. Die Doppelgiebel wiederholen sich auch an den Seitenflügeln der beiden Kirchen. Auch die Fassadenflächen wurden von Schinkel eher unakademisch gestaltet. Die Pfeiler zwischen den Fenstern sind lediglich geschosshoch und deuten somit eine wandauflösende Flächigkeit an. Als Vorbild für die Fassade verwendete Schinkel das Trasyllus-Monument in Athen, um den Erfolgen des Musikers Trasyllus zu gedenken. Die großen Fensterflächen an der Fassade galten damals ebenso als untypisch, heute aber werden sie als Vorläufer der modernen Architektur betrachtet. Hinter ihrem gleichmäßigen äußeren Erscheinungsbild konstruierte Schinkel etwa 90 unterschiedlich gestaltete Räume, vom Theatersaal über Garderoben, Ateliers, Büro- und Lagerräume bis hin zu Restaurants. Der Außenbau ist reich geschmückt mit Skulpturen, die sich auf das Theater beziehen. Die Reliefs und Skulpturen über dem Haupteingang wurden von Karl Friedrich Schinkel in enger Zusammenarbeit mit Friedrich Thieg entworfen. Niobe mit ihren sterbenden Kindern, Eros zwischen Psyche gestalten und Apoll mit einem Greifengespann. An der Nordfassade ist der Triumphzug des Bacchus und der Ariane dargestellt. Am Thympermon-Relief der Südfassade holt Orpheus Eurydike aus der Unterwelt. Thieg arbeitete insgesamt 30 Jahre lang an der Gestaltung der vier Giebel und der Statuen des Schauspielhauses. Auch die beiden Bronzestaturen zu beiden Seiten der großen Freitreppe wurden von Thieg entworfen. Diese sollen die Macht der Musik symbolisieren. Sowohl der Löwe als auch der Panther haben musizierende Reiter auf dem Rücken. So wie die beiden Kirchen erlitt auch das Schauspielhaus während des Krieges dramatische Schäden. Seit der Restauration befindet sich im Zentrum des Gebäudes ein Konzertsaal mit ca. 1800 Plätzen, der sich heute großer Beliebtheit erfreut. Seit Mitte der 90er Jahre trägt Schinkels Schauspielhaus deshalb die Bezeichnung Konzerthaus Berlin. Im Sommer finden Freiluftkonzerte in der einzigartigen Atmosphäre des Gendarmenmarktes statt mit internationalen Künstlern und Gästen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017